Bäh. Essen ist ein grosses Thema, wenn man nachhaltig leben will. Darum habe ich gedacht, lass uns doch ein kleines Spiel machen. Und zwar geht es darum, wer gewinnt den goldigen Kürbis? Okay. Und zwar machen wir miteinander ein Gemüserote. Ich habe nochmittag lang gekocht. Das Ziel wäre jetzt, eine Blinddegustation zu machen, damit ihr mir möglichst genau sagt, was für ein Gemüse ihr hier überhaupt esst. Wir haben eine feine Brille vorbereitet. Ja, sehr gut. Grossartig. Das ist fein. Das ist richtig. Ein Applaus für die Regularie. In diesem Fall ein Punkt für die Regularie. Sie geht in Führung. Irgendwie sehe ich das. Willst du noch mal ein bisschen? Nein. Mike? Corte en bleu. Rondini? Nein, es ist ein ziemlich sicherer Herdtöpfel. Ich würde sagen, es ist ein festkochender Herdtöpfel. Festkochender Herdtöpfel und die Regularie sagt etwas mit Maroni. Ich kann euch sagen, es ist ein Süssherdtöpfel. Bravo! Die Kurbis gehen, da hängen wir auch. Dann machen wir ... Kannst du mir schnell deinen Löffel geben? Dann geben wir das nächste Gemüse. Was ist das für ein Gemüse? Ich habe das Gefühl, es ist das Gleiche. Und das ist richtig, ja. Mike, sag etwas. Wir kommen zum nächsten Gemüse. Ismou, du machst das professionell, blind. In welche Richtung tendierst du? Von der Konsistenz her? Von der Konsistenz? Von der Konsistenz her? Entschuldigung, das kann man unterscheiden. Der Profi kann unterscheiden. Ich habe keine Ahnung. Mike? Kohlräble. Kohlräble? Nein. Kohlräble? Das heisst du auch? Bist du in die Richtung, Regula? Nein. Du sagst, es ist orange Kohlräble. Orange Kohlräble ist nie orange. Ja, aber du hast eben etwas Oranges auf dem Löffel. Das interessiert mich nicht, wenn ich nichts schreibe. Also, dann ist es Kürbis. Kürbis, das habe ich auch gedacht. Es ist einfach ein hundskommunes Rüeble. Ah. Rüeble? Bist du nicht aus dem Argo? Regula, ich bin nicht aus dem Argo. Gut. Okay. Rüeble. Gut. Okay. Aber es ist etwas hart, dass wir das Rüeble nicht geschmeckt haben. Findest du nicht Regula? Doch. Ja. Aber ich finde die Drehform verändert aus. Mike? Bäh. Schwierig. Ich würde sagen, in welche Richtung tendierst du? Furchtbar. Es ist ein ganz schlechter Kürbis, würde ich sagen. Es ist ein Kürbis. Jawohl. Großartig. Danke vielmals an Mike Müller und an Regula Ritz. Oh. Danke mich für diesen feinen Tag. Also, wir würden mal gernehões an意et sein, serio. Naam. Vamos in noch. Danke. Vielen Dank.